Es ist vorher nicht auf eine Reihe gekriegt. Mein erstes Mal, ja, der Gönnung. Am besten spielt er am PC. Da kann man am besten mit der Maus sowohl bezeichnen. Und dann kannst du am besten antworten. Eigentlich genau. Moin an Dennis, hi. Und wenn ich dran bin, Leute, damit ihr nicht abgucken könnt, dann kommt der Zensier-Balki. Besser gesagt, Zensier-Box, ja. Die kommt, wenn ich dran bin. Genau. So, dann fangen wir doch noch mal an. Los geht's. Matrix ist dran. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Was hat er so für Wörter? Abonniperius, genau. Genau. Und die Glocke aktivieren, Leute. Geht nicht. Okay, alles klar. Da weiß ich Bescheid. Dann ist wohl voll. So, los geht's. Und das erste ist hier, äh, wer ist so? Mein Zweitkanal. Aber Blue ist das. Haha. Lustig. Äh, ja. Easy. Warte. Hä? Hä? Bäm So und nicht anders, Leute Am besten mache ich es aber so, dass ich immer zentiere Warte mal Und zwar, damit ihr nicht abguckt, die Blüten abguckt Ich kenne euch ja alle Ihr Keks Warte mal Und zwar machen wir das so Erfolgreichs denken Und zwar mein Antwortfeld Ja Bleibt einfach mal grau Haha Ihr könnt nicht sehen, was ich eintippe Ich könnte nur sehen, was ich falsch eintippe Aber nicht, was richtig ist Ich bin ein schlauer Typ Außer ich habe Emotionen, dann kann das durchaus mal sein, dass ich es sage Okay, das war schon mal gut eben von mir Ich bin jetzt gerade Platz 1 Bäm Bruder, selber nachdenken, gar nichts egal Was könnte das sein? Zwei wissen es einfach schon Krasser Typ ey Äh 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 1 und 1 Ne Melinda Ne Wie die Beine Ach das ist die Wii Oh Ja gut Habe ich mal so gar nicht erkannt Hätte es einfach nur eine Wii-Fermel malen müssen Oder so Oh Belastend Ist Wii Pius im Nachtuntergrund Stil vom Homemaker 2 Ja Genau So, jetzt ist der Paul dran Was macht er? Er malt erstmal Er macht einfach den Hintergrund Andersfarbig Und Es gibt ein Radiergummi Kollege Was ist das? Unterwäsche Einer musste raus Okay Hau rein Kollege Was soll das denn sein? Was ist das für Musik hier? Ah, Pikmin Musik Okay Hä? Was ist das? Ich hatte die Aufgang Uh, belassen Jetzt ist die Lobbyaufhilfe Aber bist du ja wieder drin, Adrian Hä? Was ist das denn? Kannst du bitte mal vernünftig zeichnen? Was war der da, der Typ? Paul, was ist los mit dir? Oh lol Das soll 1 in 1 sein Ja gut Ja gut Unmöglich Nee Mit da oben sieht man schon, was das ist Blut Toller, äh Gesichtsausdruck Null Punkte hat er Aber jetzt bekommt er 125 Super Super gut Okay Jetzt ist der Das geile Face dran Ah ja Ah ja Okay Was malt er? Nintendo Aha Ui Ein Aha Was rotes Ist das ne Wurst? Nee Ah Hä? Wir haben noch gar nicht Deutschland Haben wir Ist das Ah Ist das hier Nee Hä? Flagge Aber wir haben noch gar nicht so was Also ich weiß ja, was ich reingenommen habe Wieso macht er das L immer groß? Ist das dumm oder so? Hamburg Berlin ist es nicht Einer weiß es Haben wir unsere Mutti reingenommen? Hä? Ist es doch Hä? Es ist nicht Hamburg Lost Ganz vergessen Bayern hatten wir auch drin Lost 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 Und ich war Tolle Deutschland Karte Kommt irgendwie hin Ne? Irgendwie Ja ja So Joan ist dran Aha Deutschland spielt An der Cover mit Ja Ganz geheim Zensur Unfertige 13 Tja So Was ist das jetzt hier? Tolles kleines Bayern Ja Easy Da war der Blut sogar schneller als ich Da kennt er sich aus Das ist YouTube Das muss jeder wissen Sonst ist er lost Komplett Lädst du wenn das Spiel vorbei ist Neue Spiele ein Oder so Dass jeder mal mitspielen kann Ja genau Dennis Genau Dann gibt es ein neues Lobby Genau So Jetzt ist der Fisch dran Aha Was malt er? Welches Wort? Oh ein langes Ein zweier sogar Ein zweiteiliges Wort Oder Zwei Wörter besser gesagt Was kann das sein? Weiß ich nicht mehr selber Blue weiß ist schon Wot der hell? Hey wieso ist das schon zwei? Was ist denn das? Ein V? Hä? Bin ich wie dumm? Hä? Was willst du von mir? Blue hat Ah du bist so ein Hund Ah Hey Muss los Blue hat Eier Pius Eier Sui Blue Was ist los mit dem? Ihr wisst es Skill Leute Skill Ich wusste was er Was er anspielen wollte Ah ja Der kennt sich aus hier Ziemlich eingebildeter Typ Ja der Er hat Skill Ich auch Ich auch Das kann keiner abstreiten hier Ne ne Weiter geht's Jetzt ist Dill schon dran Was malt er schönes? Er malt eine Person Ich nehm es zumindest mal an Skill Aber gut 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 gemacht Gut gemacht Was ist das? Was soll das? Ah mach halt weg Okay Hast noch 20 Sekunden Ein E ist da drin Ein E Bademantel Da ist ein E drin Also keine Toilette Junge was ist das denn wieder? Es gibt Menschen Die können auf jeden Fall gut malen Disch an Eins plus in Kunst Was ist das? Ja Und da Achso Ach gut Hatte ich einfach so ne Hose gemalt Oder so Okay Jetzt ist Peter dran Tja Bisschen zu spät War hier der Kollege Unter Wobble Hä? Hä? Zwei Bisschen schon Bevor es überhaupt los geht Was seid ihr für Betrüger? Hä? Was mach ich falsch? Wieso wisst ihr? Weil ich hab doch nicht mal angefangen zu zeichnen Untersohn Hallo Was ist das? Hamburg Genau Das ist Hamburg Als ob Das einfach nochmal dran kommt Als ob Okay Gleich bin ich dran Muss aufpassen Gleich geht's los Pius Ja ja Dann wird's zensiert Aber jetzt ist erstmal er dran Und was soll das werden Tim? Ich seh da so ein bisschen Ah okay Okay Ähm Das ist irgendein Typ mit Der hat Ohren Nee toll auch keine Ohren Ah es ist ein Cap Oder? Was ist das? Einer weiß das schon wieder? Seid ihr für Experten? Was ist das denn? Was ist das? Sieht aus wie ein dummer Bob bin Mundschutz Ach Mist Okay jetzt bin ich dran Jetzt kommt der Profi Oh nein Oh nein Hilfe Oh Gott Äh Ja Moin Ja Einer weiß es schon Alles hat noch nicht mal angefangen zu zeichnen Alles klar Kollege Äh Ja man Bin ja Pfeffer Profi Künstler Ja man Es läuft hier definitiv Da ist was drinne Das soll ja nicht zu einfach sein Das war Mario Meine lieben Freunde Guckt euch das an Was ist das schön? Mario auf die Schnelle Ja ja Im Chat schreibt keiner was Alle schreiben hier Dann kann ich die dazu machen hier Damit hier mal was los ist Schreibe ich jetzt hier Hi Ah hi Pius hier im Chat Willkommen Moin Grüß dich Willkommen hier im Stream Das ist ja die Das ist die Switch Ganz klar hier Ganz klare Sache Auch nicht? Lell Mirko Play Moin Ah hier Bam Ich weiß es Es geht ums Display Hallo Pius Moin Ich grüße auch Pius Hier im Chat Ich grüße dich Moin Wie geht's? Geht's dir gut? Ja Pius war ich Lange nicht mehr im Stream Das stimmt Ja mir geht's gut Sehr gut Sehr gut Das freut mich Das freut mich echt sehr Dass es dir gut geht Pius Ja Das bin die Spitze Ui Was kommt jetzt für Musik Zelda Musik Okay So muss es Ach Suip auch noch hier Spitzenmäßig Hi Suip Moin Du füllst hier den Chat Sehr gut Und wir füllen jetzt hier den Chat Was könnte das sein? Joycon Ich hab Joycon gar nicht hingeschrieben glaube ich Das ist die Switch Hallo Nimm das weg hier Nicht What the hell Ah ich weiß es Ich bin ein erfolgreicher Denker Ich weiß es Hallo Sui Ja hi Sui Warum ist Polly nicht Mod? Ich weiß es nicht Polly wo bist du? Ich bin immer noch draußen Ich guck mal aus dem Fenster eben Polly Daraus ist jemand gestorben Leute Das sieht sehr dramatisch aus Gestern war es eine Maus Heute ist es ein Plastik Oder Porzellan Vogel Das sieht sehr dramatisch aus Leute Auf Discord gibt es euch ein Bild Ich gucke aus dem Fenster Und sehe einen Vogel Der ist vom Wind Vom Sturm Umgekippt ist es Oh nein Ich ging schon weiter hier Scheiße Hab ich gleich gesehen Ja moin Egal Gleich 60 likes Sehr schön Paul ist dran Warum kommen die Wörter Warum die Wörter doppelt kommen? Ja Keine Ahnung Wohl Plastikvogel Ja Oder Porzellan Keine Ahnung Irgendwas von beiden Auf jeden Fall ist er kaputt Durch den Sturm Leute Wir müssen ihn beerdigen Was ist das schon wieder hier? Jetzt kommt hier Pix Alte Musik Famicom Okay Hm Was ist das? Hm Keine Ahnung Ich bin überfordert Leute So auf Discord Gibt es das Bild Join sie mal im Discord Server Ja ja Sehr dramatisch Tut 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 ManOMS Ich hab sonst islands Das leh ich hier nochmal Das Bild hoch Ey Der Stream Lastet alles aus hier Deluxe Ah Bam Jetzt ist es klar Der arme Plastikvogel Leute Oder Porzellanvogel Es ist halt echt belastend. Er war noch so jung. Ich weiß noch nicht mal, wo der herkommt. Gefühlt ist der aus unserem Garten. Er ist ja neu. Ich weiß noch nicht mal, wo der herkommt. Auf einmal steht er da. Umgekippt. Zusammengebrochen. Was ist das? Ist das ein Toad? Also ein ganz schlecht? Nö. Ah, hier. Hä? Eine Kuh. Hat doch gar keine Kuh. Hä? Muhammed. Jetzt muss ich aber los. Hä? Ah. Bäm. Ich weiß es. So, da seht ihr mein Bild, Leute. Da ist hier mal gestorben. Auf dem Discord-Server im Hauptchat, Leute. Joint mal im Discord-Server. Aber ganz schnell. Sehr dramatisch, da. Rest in peace. Wo kommt der her? Und was will der hier? Das frage ich mich. So. Und was ist das jetzt hier? Man weiß es nicht. Ich bin überfragt. Ach, lol. Licht. Ah, ich weiß es. Echt nicht? Hü... Auch kein Hühner-Mist. Gar nichts hier. Hä? Bestes Blüten. Dankeschön, Sohib. Ich danke dir vom Herzen. Du bist korrekter Typ. Hä? Das ist doch Apfelsaft. Laber doch nicht. Hü... Hallo? Ah, hier. Äh, ich kann wieder nicht schreiben. Was ist denn jetzt hier los? Auch nicht. Deutscher Saft. Nee. Daumen runter. Apfelschorl habe ich geschrieben. Echt jetzt? Okay. Ich weiß selber nicht, was ich hingeschrieben habe. Bobo, 2 von 0. Moin. Das war echt kritisch gerade. Egal. Jetzt ist wieder der Fisch dran. Und wir sind sehr gespannt. Auf jeden Fall auf dem Discord ist ein sehr dramatisches Bild. Naja. Ich gucke mich später an, was ich so geschrieben habe auf dem Server, Leute. Wir gucken später rein. Ah, ja. Nein. Okay. Jeder wusste es. Ist ja klar. Ich habe nur gerade hingeguckt. Jetzt ist der Blue wieder dran. Ich bin jetzt sehr gespannt, was er diesmal bekommt. Das ist doch kein YouTube. Das sagst du doch auch immer. Wieso ist das jetzt kein YouTube? Das ist der YouTube Play Button. Pius, ich gewinne. Oha. Ich bin Sechster. Neuermal hin. Neuermal hin. So. Ich werde jetzt sagen, was er diesmal meint. Ich weiß es. Ich weiß es. Das ist einfach. Ja. Schon. Künstler. Begabung ist vorhanden. Pius, genau. Katzle. Das ist die Katzle, Leute. Man kennt es. Was soll das hier werden? Was ist das? Was soll das zweite sein? Das erste ist, ne? Größe geht raus. Die ist gerade im Garten. Die Poli. Ja. Die ist gerade im Garten unterwegs. Hat die den Storch um... Poli! Machst du die Mörderin? Hast du unseren Storch kaputt gemacht? Da gibt es aber eine Anzeige. Das kläre ich mit der Spätigkeit. Hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Hat die den aus dem Garten vom Nachbarn geklaut? Oder was? Wo kommt der her? Und was macht der da? Und wieso ist der kaputt? Ich glaube, hier waren irgendwelche Einbrecher. Also, jetzt kommen die Einbrecher nicht... Um was zu klein, jetzt bringen sie was her. Der war gestern nicht da. Ich war gestern im Garten. Auf einmal ist das so ein Storch. Ich gucke mir das später an. Ah, was ist schon wieder hier? Ah, das ist easy. Äh? Keine Tomate? Keine Apfelschorde? Äh, was dann? Tomaten! Scheiße! Safe bist du der rechte Typ da? Äh. Warum heißt du eigentlich Pius und Suiib? Also Suiib ist Pius und verkehrt rum, ja? Und Pius ist mein Vorname nur im Relife mit einem U statt mit zwei Us. Statt Pius, Pius. Genau. Hast wieder was gelernt? Aber ich has... Ich has Tomate. Oder du meinst, du hasst oder hasst? Hassen oder du hattest... Oh lol. Bäm. Der Tomatenautomat, ja. Blue muss über 1000 Punkte holen. Ja, er ist ja skillig, hat er gesagt. Er ist weiter, was? Alles klar. Ah, ja. So, gleich bin ich heute dran. Ich muss schon mal hier aufpassen, gleich zu zensieren, ja. Gleich bin ich dran. Animal Crossing Musik. Sehr entspannt. Was malt er? Der vorletzte Zeichner. Äh... Mord. Mord. Mord? Ne, Nord. Nicht Hamburg. nord berlin berlin ist für mich nicht norden kein lidl nein was ah ja auf die letzte sekunde so und jetzt ganz schnell jetzt bin ich dran ja geil die Wörter sind ja hier optimal okay die Wörter waren richtig scheiße so lecker 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 nutzt eigentlich kein Strohhalm aber ich mach hier mal einen rein lecker so hier das ah ich kann es auch ausfüllen glaube ich ne ah doch geht sogar krass heftig so das müsst ihr jetzt wissen ob ihr Pech gehabt mehr gibt es hier nicht als Hilfe und so sah es aus das war der Orangensaft die anderen Auswahlmöglichkeiten waren Polly und ich bin Fünfter na immerhin immerhin Fünfter sehr schön ja das war Runde Nummer 1 wir machen auf jeden Fall nochmal eine zweite in einer neuen Lobby so neue Runde neues Glück ja ja du warst erster in der Blue Glückwunsch schaffst du es doch mal wenn du willst so ähm ich nehme dieselbe Wörter nochmal rein die noch nicht dran kamen und dann nehmen wir gleich neue YouTube hat mir viel zu oft das kommt raus ähm und dann gucken wir mal weiter ja gerne weiter Vorschläge jetzt in Chat letzter Mann Betrug hier gibt es keinen Betrug das ist alles Skill oder kein Skill was macht man eigentlich wenn man kein Wort nicht kennt denn gerade redest du weiter und probierst es wenn du es nicht weißt dann ja dann machst du gar nichts normale Wörter ja okay ich mach beides einfach Milchreis jo Milchreis Pokémon oh kritisch da kenne ich mich ja richtig gut aus Osterhase Osterhase kann wieder nicht schreiben oder Osterhase Porsche GameNest darf natürlich auch nicht fehlen ne was ist heute los hier ich Prosche Junge normalerweise gar nicht schreiben heute nicht ja gar nichts heute hier Hilfe Bremen kommen die Stadtmusikanten her nehmen mal jetzt bin ich mal sehr gespannt hier Sachsen-Anhalt oh man unsere Mutti meinetwegen haben wir schon ein paar mehr jetzt Kanalmitglied ja heute wird er hier intensiv hier okay und dann haben wir auch erstmal genug haben wir wieder einige ja ja dann mache ich hier der Code Leute gönnt euch letzte Runde so ich glaube es reicht es auch hehehe 1,2,3,4,5 Mal ich glaube ihr findet den Link oder Leute ja ich glaube das wird was ich spam hier den Chat voll Neuland meinetwegen können wir auch gerne machen als Ergänzung so die Lobby füllt sich wieder Blut traut sie nochmal rein okay ich möchte nochmal erster werden Daumen hoch das sehe ich auch so Suip habt ihr schon Like da gelassen ne das ist wirklich so ein Ehrenmann heute aber wir machen wieder zwei Runden das ist immer entspannter hätte ich fast nicht hingeguckt wir machen immer zwei Runden der Daumen hoch ist immer gut der Suip ist ein Ehrenmann kann ich wieder kommen ja kommt alle einfach rein genau jeder hat die gleiche Chance reinzukommen einfach schnell sein ja da haben wir für ein paar neue drin Farbtenno zum Beispiel sehe ich jetzt zum ersten Mal heute hier Marlin sehe ich zum ersten Mal ach du hast gewonnen Pokerface oh warst du zweiter Blue okay okay dann Pokerface habe ich es über es geht immer so schnell weg der Ergebnisscreen okay dann nehme ich alles zurück Pokerface Glückwunsch okay ich dachte echt die Blue hat gewonnen okay dann habe ich mich verguckt dann hast du heute gewonnen okay ich weiß ah du warst zweiter oh okay okay alles klar ja dann würde ich sagen los geht's mit Runde Nummer 1 anfangen tut Pius ist To ahja kam erst in 5 Minuten na immerhin bist du jetzt dabei ne oder doch bist du ja und Hammerbro ist back willkommen zurück hier so was macht der Pius jetzt hier der Polo was Polo ahja da bin ich noch ein bisschen überfragt gerade äh ich weiß es ne hä jeder weiß das gefühlt nur ich nicht Polo Poli haben wir glaube ich rausgenommen ne hä hä einfach nur Polo what the hell was ist das für ein Wort also was ist das für eine also es macht keinen Sinn einfach nur die Frage äh die Frage die das Wort einfach nur hinzuschreiben das ist da irgendwie so ein Sinn dahinter oder so aber einfach nur das Wort äh das ist lame das ist lame und galo face auch du bitte spam nicht random Begriffe wenn noch nichts passiert ist wäre auch ganz nice das ist ja kein spam Wettbewerb sondern ein erraten Wettbewerb ja das könnte eine äh Kartoffel sein ne ein Ring oder so Chips ich mache eine Bohne ne Erbsen jetzt ist er noch schwarz äh Reifen was ist das irgendwas irgendwas schwarzes mit was grünem drin eine Ampel ein Apfel genau Ampel auch nicht ich habe keine Ahnung woran wir so ein hä ich verstehe gar nichts mehr ui jetzt kommt hier Yoshi Musik wer kennt die Musik Avocado das habe ich vor kurzem gekauft für meine Oma im Laden aber die ist nicht so schwarz die ist dunkelgrün Maurice ist dran ich wurde einfach rausgeworfen null oder einfach äh Verbindungsfehler kann ja sein ja Maurice ist bisher sehr kreativ auf jeden Fall er äh kommt gut zurecht er kennt sich aus und hat den Plan meh mi ui Melinda nö äh am Meer vielleicht Hamburg oder so wegen Meere Meere aber Meere habe ich auch gar nicht geschrieben Meeren Meeren was ist das Meeren es wissen sogar ein paar ich weiß es nicht ich weiß es nicht sag mir dann Feuer ist gut äh ich äh Leute was ist das denn Meere sagt mir mal so gar nichts bin ich jetzt komplett los oder muss man das nicht kennen das gucke ich direkt mal ich öffne Google und in dem Moment werde ich gekickt ja dann halt nochmal ja super ey wollen wir jetzt die Wörter gespeichert ja immerhin muss ich sie ja gar nicht äh groß kopieren ja er hat Hammerbuch nochmal die Chance alle die eben noch nicht rein kamen ihr habt eine neue Chance rein zu joinen neuer Versuch das war ja ärgerlich jetzt ärgerlich Google verboten im Nachhinein im Nachhinein wo ich guck was das ist hier und die Meerenje oder so auch Meerstraße oder Kanal regional auch Sund oder Welt genannt ist eine Stelle eines Meeres an der sich zwei Landmassen nahe kommen und so einen Engpass des Meeres bilden aha wieder was gelernt hier Bildungsauftrag ist erfüllt bürschön neuer Versuch für 20 Leute glaube ich oder 10, 15 neuer Versuch achso oh Gott ich bin lost das heißt ich mir rennte oder sonst was das heißt einfach Meerenge oh ok schneiden wir raus Meerenge ok macht mehr Sinn schneiden wir raus ist nie passiert oh Gott mein Zeitung ist bereit ja lol ja denk mir auch so kannst halt echt nicht Meerenge ja gut das macht ja gut das macht dann schon mehr Sinn aber ich bin selbst drauf gekommen ja ok los geht's das kann nur gut werden jetzt ist sogar der Hammerbrot dabei oh Pius ja mein Gott ey Österreicher kann doch ein österreichisches Wort sein wer weiß wer weiß wenn die auf Twitter reden in Österreich deutsch da ich verstehe gar nichts mehr also nur ich kann nur noch raten was da steht was weiß ich für die Musik hier ey ahja ich kann nur noch raten was da steht ey schreibt mal bitte auf österreichisch Pascal schreibt einfach nur noch jetzt ok vielen Dank no hate was ist das äh ne Karotte ne irgendwas grünes Karotten ist sind rot orange ist mir schon klar ne ist mir schon klar aber vielleicht der 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 Stiel oder so Salat wieder nicht oh belastend Galaxy geil das tut mir leid kann jetzt auch nichts ändern jetzt bin ich drin oh blöd aber du warst ja schon alle dabei heute ne was ist denn das ey ist das eine Pflanze ich hab gestern meine Pflanze gedüngt bin voll stolz auf mich hab ich echt gut gemacht am Blatt Animal Crossing hab ich gar nicht reingenommen das als Wort ey was ist das Sturm oder so soll das so ein Blatt äh bewegen im Wind Blatt plus ich wollte gerade sagen Blattsalat aber ne war auch falsch Laubhaufen okay und bitte Pius dieses To bitte mach diesmal vernünftig mit jetzt sind wir sehr schön nicht wie eben nochmal Animal Crossing jetzt kommen die Animal Crossing wieder was ist das und Paul Crossy musste los er musste in die krosse Krabbe Re Steht da ah hier leerer so ne Tafel oder so nicht ah hier auch nicht Kanalmitglied aha gekickt hä keine Ahnung disconnected oder so hm und moin der Zocker zockt hallo ok bei ihm läuft wie immer ganz gut keiner weiß was er meint haus gleich bitte schreib mich so am Rand Villa das ist halt einfach ok 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 alles klar und bitte Bernd schreibt nicht irgendwelche komischen Begriffe die keiner versteht was ist das Stuhlbeine Tisch Nein ja nimm das so auch Stuhl was ist das Bank eine Acht ok Bernd hat irgendwelche Probleme der spammt hier den Chat voll ah hier oh Gott wie schreibt man denn das Bin bin Profi nein nicht billigrad warte wie schreibt man das ach doch hier so billiard ja doch jetzt hab ich war grad ein bisschen verwirrt wie viele Äls da hinkommen ok sehr gut und Paul du mach bitte dann nicht nach ihm dann kriegst du auch noch einen Timeout rein billiard habs hin willkommen zwei plätze sind frei oder also joint gerne falls ihr Lust und Laune habt Link ist im Chat das ist ne warte wie heißt das das sieht so komisch aus aber ich weiß was er meint oder was ist denn das äh ich komm da echt nicht drauf oder ne sind keine Lichtstrahlen oder sowas vielleicht ein Lichtstrahlen eine Glühbirne ich hab dich aber nicht Dankeschön willkommen auf dem Kanal willkommen bei Team tot grüß dich blutbirne ne ok nächstes Wort jetzt ist der David dran der Österreicher moin servus moin ich hab ach du heiliger was ist das irgendwas eine oh er malt die das sieht aus wie ein Robot oder das ist ein Mensch der Kopf ist ein bisschen merkwürdig nein das ist kein Oktoling ah hier auch bitte lernt schreien Pius bitte tippen keine Schaufensterfigur doch noch anders geschrieben bam ich bin gerade neunter mit 190 Punkten was was ist los das haben wir sehr gut gezeichnet also David gut gemacht das ist toll schau Fenster Puppe ja jetzt ist Atrion dran was macht er wir sind sehr gespannt er malt einen braunen Kasten den er jetzt durchstreicht aha ah das könnte ein Brief sein Post E-Mail nee was ist das soll das ein Pfeil sein das ist ein I KI hä habe Joghurt Gönnung Kiste oh oh okay bin ich gar nicht drauf gekommen sondern bin ich wieder dran nach dem Hammer Pro bei mir läuft's Louis du bist erster Louis wow auf dem vierten und ich bin fünfter es läuft ah Apple ah ah äh äh hä mit drei Buchstaben oh nein das nein das wie heißt das oh Gott nee boah das ist das Kartenspiel ich komme gerade nicht auf den Namen bin da nicht so drin gewesen bisher ah ah ich habe das halt nie wirklich verspielt habe einmal andere Spiele geschrieben wie Uno oder so Uno letzte Karte aber da kann man natürlich drauf kommen klar ich hätte jetzt irgendwie Pik gedacht oder sowas ja gut mit A macht Sinn ne kritisch oh was ist das für Musik hier Pikman 3 aha was ist das was ist das was ist das ja es war auch richtig irgendeine Person oder so zumindest so aus von den umrissen hätte auch einfach selten aus aus worth of the white meinen können wenn du verstehst was ich meine ja du denkst sehr erfolgreich verb tanzen nicht dachte ich so wegen den Armen und so die tanzen wapp wapp oder so ah hier fe äh äh jetzt wird es kritisch laufen als ob als ob scheiße ja so jetzt bin ich dran oha okay jetzt wird es lustig ich sag zum Tipp das ist eine seitwärtige Ansicht so haben wir eine Person sie läuft da hoch und es geht um das hier was könnte das sein das kennt man aus einem crossing ah die wissen es alle schon die wissen es alle schon was ist los mit denen die Person läuft da hoch und was könnte das sein abgesichert von einer treppe die wissen bescheid die kennen sich aus die leute das sind alles erfolgreiche denker rampe tolle oder leute runde zwei auch die letzte runde nehmt man sweep genau sie tanzt den toad oder er naja wie den käse genau was ist das weiß ich nicht äh vielleicht äh promis oder so ja genau promis ne hm gute zeichnung dankeschön sweep ehrenmann war ihm echt gut ne ah hier bam easy ich hatte erst an promis und dann an popcorn gedacht ja stimmt sehr schön das war dann doch ganz einfach aha ja so ist heute voll aktiv als äh mod und so also er macht das heute echt gut hier bin sehr zufrieden mit ihm er macht einen sehr guten Job oder Leute einen sehr guten Job macht er so da der nächste ist noch der Peter was macht er selbst es ist so wie das andere okay aber nicht ihr Leute das gut der ist echt oder kann muss ich sagen also der macht echt gute videos ah ja bus auto taxi eisenbahn eisenbahn gutes so gute frage das bleibt mysterium lkw das bleibt ein mysterium wer betreibt suite gerade in dem moment man weiß es nicht das ist eine schwierige frage was wird das immer zu lernen ist ja ganz nett jetzt war andere farme nutzt aber okay kann man schon erkennen durchaus silvester das kann man schon auf hinkriegen bin grad sechster naja das geht besser wer ist gerade erster hammer bro mit 4430 punkten oha zwei da ist dml dritter ist wieder der mit der debout schon wieder was los mit dem was los mit dir kannst es auch ganz gut hier ja gut gemacht schienen nicht was könnte das sein es steckt beim maker was meinst du damit jetzt genau oder was meinst du ähm hä was ist das china das ist ein herz keiner weiß es einfach einfach keiner sehr geil das war der schweinestahl leute auch wenn ich gerade gut gezeichnet muss ich sagen aber ich habe es erkannt steht in der beschreibung oh das ist noch vor dem letzten mal glaube ich das ist natürlich ärgerlich ok nehm ich mal raus 0 so ist rausgenommen oh ein herz i love you muttertag nee äh b eier leichter als gedacht leichter als gedacht und das hier gerade ist super smashbox musik aha liebe das weiß ich dir schon das weiß ich aber im anschlag probiere ich einfach ein bisschen schneller als ich das ziffer was da hinkommen könnte äh wie ist es moris dran ein pfeil ok ha nein hallo ist es wie mir jetzt aus hallo bin ich noch live als ob ich habe irgendwas gedrückt am browser und dann bin ich irgendwie bei äh äh neuer stream oder irgendwie sowas ich dachte gerade ist alles zu Ende jetzt hier ey lol ich war noch am falschen fenster wollte hier schreiben am pc ja auf dem anderen auf der anderen seite haha oh man ich dachte gerade ich mache mir alles kaputt hier haha das war gerade super habe irgendwas gedrückt und die kombination war ich auf einmal beim alten stream dashboard oder sowas dann war auch so ey was ist jetzt los hier ja hier das ist einfach nein oh knapp ey oh das war super ey haha man kennt ihn blühtst du ist dran ok bin ich gespannt ja bist du alive sehr gut haha oh super ey super aber er meint er schreibt wieder irgendwas cola äh hashtag weg ich bin mal fordert Cola Cola Milchamentos was was hast du für ein Wort genommen nutella ah ich glaube ich weiß was er will ne passt ja gar nicht hin aber er hat immer mit Schokolade Schleich wäre ach scheiße da hätte ich immer mit da hätte ich irgendwas anders gemacht zum beispiel bei youtube irgendwie so ein video player oder so oder irgendwas das hätte ich anders gemacht haha das hätte ich anders gemacht so ein video player mit so einem Influencer oder so Bibi oder so haha die mir da irgendwelche neue Schminke vorstellt aber durchaus nicht so verkehrt aber das war zu schwer ich dachte das ist irgendwas mit Schokolade oder so obwohl Cola das ist nicht wie Schokolade haha boah die erstmal haben ja nur nix geschrieben haha hätte ich vielleicht schon eher rausgefunden ja hätte ich vielleicht Werbung geschrieben oder so was ist das ah das sind diese speziellen Haare die gibt es auch bei Animal Crossing boah wie heißen die boah jetzt müssen wir wissen wie das Video hier heißen das hatte Domi verkürzt als Video Part warte mal haha nein ich guck nicht nach ich bin ja ein fairer Spieler ja ja boah wie heißen die Haare ja ja wo weiß es jeder der weiß alles nix was ist das jetzt hier was ist das jetzt hier ähhh was ist das hm ich bin überfordert ich bin überfordert hat jemand eine Idee ich nicht ich weiß es nicht was ist das denn ein Eimer oder so ein Eimer oder so ne ein Ei Eier nö Ei doch ein Eimer nö nö belastend 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 was kommt jetzt was ist das was mit der Musik passiert ah ok geht weiter was ist das für Musik jetzt hier Lebt noch. Aber wieder Smashbox. Zu viel Smashbox hier. Das ist hier. Nicht? Kein Kinderwagen? Auch nicht. Auch kein Einkaufswagen. Musik? Musik! Hallo! Okay. Interessant. Hä? Ist doch irgendein Wagen. Hallo! 11.960 Likes sind die Server von Google am abkratzen. Ich habe keine Ahnung. Mir steht 68. Schaffen wir die 70 Leute? Schaffen wir auch die Musik hier zu laden? Oder eher nicht so? Bin ich, dass der Raum jetzt abkackt oder so, ne? Das wäre ärgerlich. Wir sind am vorletzten. Vielleicht bin ich dran. Jetzt ist es immer Hammerbro. Und er malt... Ah, hier. Bücher oder so? Ne, das sind keine Bücher. Das sind keine Bücher mehr. Äh... Karton? Ne. Die Musik, äh... Rest in peace. Was denn da los, ey? Was ist denn hier los? Ah, da geht es wieder los. Ah, hier! Pius! Kanalmitglied! Dein Geld! Äh, ah, hier. Oh Gott. Wie schreibt man denn das immer, ey? Ah, hier so, hier so. Ne, auch nicht. Kein Portemonnaie. Auch nicht. Geldbeute. Oh, belasten. Gar nicht so... Also nicht so das schwierige Wort in Klammern. Okay. Was... Was zur Hölle? Was ist das für Wörter? Oh Mann! Ach komm, jetzt muss ich wieder das andere... Die Wörter waren beide scheiße. Jetzt muss ich wieder was nehmen, was sie alle schon da nehmen. Machen wir das mal anders. Machen wir das nicht mal anders. Ähm. Wie ein Profi-Designer? Das soll nicht... Das war Mario. Also die Mario-Welt halt, ne? Mit Huran. So, gewonnen hat... Hammerbro! Zweiter ist DML, dritter ist wieder Blue. Also ist der dritte oder zweiter? Okay. Und ich war wieder ganz weit hinten. Ah, belasten, ey. Belasten. Aber ich war schon mal in den Top 3, ja. Krass, ne? Mhm. Ja, Leute. Das war's für heute. Das war der Nachmittags-Stream. Los ging's um 14.40 Uhr. Jetzt ist es 17.20 Uhr. Das war's für heute. Wir sehen uns demnächst wieder zu einem neuen Video. Oder Screen. Das war's für heute. Lasst gerne noch ein Like da, falls ihr gefallen habt. Und auch in den Kanal, falls ihr neu seid. Und die Vlog-Li, die wir nicht wissen, bescheiden. Schaut mal am Discord-Server, folgt mal auf Instagram. Und... Mit... Gute Nacht, genau. Gute Nacht, Leute. Man sieht sich. Komm, wir schreiben Geschichte. Wo soll das alles hier nur ein Ding, wenn ich das wüsste? Unser Leben ein Geschenk und wir gehen auf die Piste. Oder früher oder später liegen wir in einer Piste. Komm, wir schreiben Geschichte.